So, da bin ich schon wieder zurück, denn wie ihr seht, ich habe dann jetzt endlich auch mal Rez in der Gold-Variante bekommen. Finde ich persönlich, sieht schon nice aus, aber den für, warte mal, mit dem Level vorher, also in der Chrom-Variante, gefällt er mir trotzdem ein bisschen besser. Wo bekommt ihr den Stil? Natürlich auf Level 215 im Battle Pass. Wie ihr dann natürlich am schnellsten leveln könnt, dürfte inzwischen bekannt sein, halt einfach mit Gruppenkeile oder ihr seid insgesamt ein bisschen mehr als eine Stunde, nee, warte mal, lass mich überlegen, eine Stunde und 15 Minuten im Kreativ-Modus. Auch da bekommt ihr ganz easy XP, ohne irgendwas zu machen, ihr müsst nur in der Lobby sein und so werdet auch ihr ganz einfach auf Level 215 kommen, um hier den Stil freizuschalten. Und dann würde ich sagen, lasst gerne ein Like da, gerne ein Abo da lassen, euch noch viel Spaß beim Leveln. Ich werde mich natürlich jetzt noch ansetzen an die letzten Aufgaben für euch und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.